Wir können den Gruppenführer Fegelein nirgendwo finden. Gezuchen Sie, ne? Ich will Fegelein sehen! Zofahrt! Erich, ich brauch 200 Liter Benzin. Nimm's zur Not aus den abgestellten Fahrzeugen. Gebrauch eh keiner mehr. Das kann ich dir am Telefon nicht sagen. Mein Führer, Frau Gödelz ist hier. Er ist nicht in der Bunkeranlage.